Die Schlacht bei Lenzen fand Jahr 929 im heutigen Grenzgebiet zwischen Niedersachsen und Brandenburg statt. Auslöser Im August des Jahres 929 erhoben sich die Redarier aus dem Gebiet zwischen dem heutigen Neubrandenburg und Neustrelitz und eroberten die Burg. Walzleben an der Urte im heutigen Sachsen-Anhalt. Durch diesen Sieg ermutigt schlossen sich weitere slawische Stämme, a. Die benachbarten Stämme der Obodriten und Lutizen, dem Aufstand gegen Heinrich I., an Reaktion König Heinrich I. ließ daraufhin eiligst ein sächsisch-deutsches Herr aufbieten, das bei Lenzen die Elbe überquerte. Unter dem Befehl der Oberbefehlshaber Bernhard und Teitmar erfolgte die Belagerung der stark befestigten slawischen Burg Lenzen, dem Tor zum Obodriten und Wilzenland. Nach fünftägiger Belagerung wurde die Burg schließlich trotz eines anrückenden slawischen Entsatzheeres durch die sächsisch-deutschen Krieger erobert, wobei die schwere Panzerreiterei zum ersten Male seit der Reorganisation des Herrwesens unter Heinrich I. eine Schlacht entschied. Über die lang anhaltenden Kämpfe zwischen den Deutschen und Slaven während der Regierungszeit der Könige Heinrich I. und Otto I., dem späteren Kaiser, berichtet Widukind aus dem Kloster Korwehr an der Weser wie ein Hofbiograf in seinem Verb »Sächsische Geschichte« von 973. Den Kampf um die Burg Lenzen schildert er recht ausführlich aus der Sicht der Sieger, wobei er die Slaven generell als Barbaren bezeichnet. »Slaven«